Wir sind in die vordere Kabine des Unimat gewechselt. Das Besondere hier ist der Touchscreen unserer neuen Maschinensteuerung Plasser Intelligent Control. Von hier aus hat man Zugriff auf alle Maschinenfunktionen von der Motorensteuerung bis hin zur Kalibrierung der Messsysteme. Aber es ist auch die Kommandozentrale für die Bedienung der Messsysteme und zur Korrektur der Gleislage. Gleismessung ist auch der Inhalt unseres nächsten Beitrags und dazu möchten wir Ihnen jetzt ein außergewöhnliches Beispiel zeigen. Der EM30E, ein besonders kompakter Messtriebwagen, speziell geeignet für Gleisnetze im urbanen Bereich. Er ist zum routinemäßigen Vermessen bei Geschwindigkeiten bis 40 kmh ausgelegt. Seine Besonderheit? Die Kabinen verfügen über eine besonders aufwendige Entkopplung vom Fahrzeugrahmen. Das Geräuschniveau in Ihrem Inneren ist daher extrem gering. Die Vermessung der Gleise erfolgt mit unserem vielfach bewährten berührungslosen Gleisgeometrie-Messsystem. Die Messdaten werden automatisch mit GPS-Daten verortet. Die Vermessung der Gleisgeometrie-Messsysteme nicht. Die Vermessung der Gleisgeometrie-Messsysteme wird aber nicht so gut sein.